Musik Ach, euch kann man doch gar nicht auseinanderhalten, das ist doch scheiße Das ist schon okay Wenn du uns hier dann anhältest, dann zeigt es dir ja unten an, wenn du gerade hast Dann hast du immer ein kleines Überraschungspaket für dich Ich stehe aber nicht so vor Überraschungen Ja, das ist wie Kinderüberraschung Ich hab die, nur wenn die Überraschung schon am Haken hängt Oh, er hängt einfach so, hm Na, wäre doch mal was Ist er einfach so am Haken gekrabbelt? Einfach so Ich werde doch mal was Schönes Oh, Spielkettensägen, nee, Kettensäge Okay Ich hab's im Haken gesehen Da Kettensägen, Mann Ah, mich juckt's im Auge Ich hab irgendwas im Auge, ah Im Spiel? Oh, nein Oh, ne Kiste Nee, ich will wieder Kisten durchsuchen Ich hab so ein Perp, so ein Perp, wo du in 16 Meter Umkreis, äh Dingens, wo du, in einem 16 Meter Umkreis, die, äh Oh, wer rennt denn da? Ja, die Kisten Die, für den Killer ist das Da siehst du, wenn Überlebende an der Kiste sind, wird dir das angezeigt Ja Oder an eine Kiste gehen, ja, das glaub ich Wer versteckt sich denn hier? Hoffentlich nicht ich Oh, ich glaub schon Nein Ah, du bist ja nicht Warst du grad im Generator? Ja, wer bist du denn da? Siehst das gar nicht, Seth? Psch, psch, psch Psch, ist das du? Psch Was? Aaaaaah Oh Wen haben wir denn da? Aaaaaah Huuuuh Hihihi So, ich mach erst mal den Generator Ah, Entschuldigung, du hier Haha, Ivan haut schon wieder auf Ich lass dich mal kurz liegen Ich lass dich mal kurz liegen Ja, warte, ich hab da ein Blümchen gesehen, das ist kein Problem, ich würd mal kurz schauen Ivan, wo bist du? Wollen wir den Generator machen, warum? Hilf mir Oh, hier war da grad noch einer Ist er bei dir? Äh, ja, ja, ja Äh, 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 Moment Nein Nein Ah, er ist doch da Hihihi Jetzt ist er weg Oh, ne, 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 ne Jetzt kommt er wieder Jaa Huuuuh Treffer Ah, ich liebe Ist wenn ich getroffen wäre Ist doch so cool Recover doch einfach Recover doch Kommt, 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 kommt Ach du Alte Aaaaah Hehehe Ehh 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 Oh, wie schön Zwei Würgenfinger am Boden Hey, ihr müsst aber andersrum kriegen, da ist ein Haken Die vorne hab ich keinen für euch Wer wäre jetzt erst so fertig? Also mein Recover ist fertig Dreh dich mal, wer bist du? Nee, du bist blöd Das ist das Falsche Nimm die Antwort Hehehehe Okay, Ivan, jetzt Jetzt nicht mehr Wack, 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 wack Oh, komm hier, Ivan Hey, wer heißt Ivan? Na komm Na komm Das weh Nee, nee, schon nichts mehr geht Das ist der große ist voll der Psychopath, hey Das ist absolut HÄH JOO Was machst du gar nichts am Boden? Wie? 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 Hä? HÄH 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 Verarschen? Der hackt doch Wiggel, wiggel, wiggel 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 Machen wir denn jetzt? Ja Ja, legt ja mich hin, jetzt ist er das alles für blut, blut, ne Komm, ich bring euch wenigstens zusammen Oh, ist das nett Oh, ist das nett Ich bin mal weg Ich bin mal weg Ich will alleine töten, lass mich Guck, da ist schon mal noch ein Ja 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 Ich muss den Schuh hin Die ist nicht mehr da Wo bist du? Hinten weg Kein Bock mehr Wieso bin ich denn zu sicher gehabt, das ist? So, such mich mal Kill allein Du bist allein Nö, wieso? Ich hab doch hier zwei Freunde rufkriechen Ja, könntest mich mal dorthin bringen, bitte? Und wenn ihr wüsst, wo du hingekrabbelt bist Ja, komm ich zeig sie sie, ich zeig sie, komm ich zeig sie Nee, ich hab keine Zeit, mich bin gleich verblutet Ich komme vorbeiii Oh, meinen Kaffee zu trinken Trinken, trinken, trinken Trinken So im Keller bist du nicht Nee Weiter, weiter geradeaus, jetzt zurück Am Haus, am Hausrand entlang laufen Andere Seite, da ist sie näher Das bin ich Was machst du denn da unten? Wie? Nee, ich will nicht da auch gehen Ich will ja mich nicht und dann lass mich nicht, aber ich will Das ist ein halbes Genis, was du hier errichtest Hehehe Ach, sieht das schön aus Machst du das Screecht, oder was? Nö, ich guck ruhig zu Ich kann ja besser schlafen Alle krank, ey Guck mal hier sogar im Blutsee Nicht schlecht Ein Leichengetüppel Du siehst nichts Oh, Spacke Ach man, bleib doch mal da liegen Äh, wo gehst du denn hin? Äh, hallo, ich bin hier Ich hab doch noch was für dich gesucht Echt? Ja Ah, es ist zu spät Oh, den hab ich gleich wieder Lass mich doch nicht kommen, komm Ich hatte die Hoffnung, dass er mich holt Weil ich wär kurz Zu Ende, hätte dich gewickelt gehandenst Dann hätte dich gleich die Chance Lässt er mich verbluten Da kommt er Da kommt er Uff Zum Mars oder? Ja Das war klar Die Lache, Alter Du wirst mich in meinen Träumen verfolgen Warte mal, komm 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 Kannst du mir mal noch die Karte zeige? Ich wickel auf nicht Warte mal, komm 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 Kannst du mir mal noch die Karte zeige? Ich zeige mir doch mal die Karte, komm Guck mal, da hängt was Ja, aber nicht aufhängen Warum nicht? Ja, alles muss ein Ende haben Ja, alles muss ein Ende haben Ach, wie schön das ist Du bist Naja, alles muss ein Ende haben Ja, alles muss ein Ende haben